Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Tales of Hysteria Spiel Plus Und ja in der letzten Folge habe ich einiges erklärt Sind dann schnell durch die Höhle gerast Und jetzt wollen wir uns mal gegen Lunar Behaupten Da ist er auch schon Überspringen Level 6 Wirke verborgen haben wir da Ist möglich Oha Boah hat das Spiel abgezogen Ja Das darf ich euch nicht zeigen Das ist zu brutal 3813er Ja so macht das Level Spaß Aber trotzdem nur 0 galt Windmeister Talisman Unwetter erhalten Hm Himmelsstrom erlernt Äh Da Ach guck mal Oh da ist er jetzt Schattenschock Himmelsstrom Warte mal Zerfleischende Brise war auch ganz nice Für den Anfang Das war glaube ich die wo er öfters zu haut Ähm Schattenschock Schattenschock Nehmen wir einfach mal mit Ja Damit kann ich leben Es ist dunkel Ich finde die Maske passt voll zu dem Outfit Ey Muss ich ja mal sagen Ach den Speicherpunkt hatten wir noch gar nicht aktiviert Schäme dich Schäme dich Puh war das ein harter Kampf So aber ich denke mal Äh es war bis jetzt überhaupt keine Herausforderung Oh Oh Okay Für Meister des Kampfes Du wirst all deine Art des Brochen um zu überleben Für Spieler denen Schwierigkeit zu leicht ist Je besser du bist desto mehr Belohnung um Heims Du Ein Ne Da wir erstmal Level 8 sind Nehme ich erstmal schwer Ups nein So Und nachher beim Leveln teste ich mal Chaos aus Das ist sehr interessant Sehr interessant Überspringen Das war eine coole Sequenz Die wir gerne mal überspringen Ah ja Opas Pfeife erhalten Ach ja jetzt haben wir gar nicht die ganzen Fähigkeiten von Das war eine coole Aber ich habe dafür nach damensee damensee das ging aber schnell ruhe es kommen neue gegner hohohohoho kleine würfchen hoffentlich sind sie jetzt nicht zu stark auf schwer ein ziegel der bosheit keine gegner hier was hier los eine gefährliche schlange schlange und wolf führe schnelle schritte ja das wissen wir level 9 ist jetzt auf schwer das geht ja wir leveln ja relativ schnell hat es ja vielleicht eine brise ist ganz nice ach ich muss das erst machen ich wollte schon sagen warum sterben sie nicht mal gucken warum geben die kein geld kriegt man das später geld oder habe ich irgendwas aus versehen aktiviert dass ich kein geld bekommen oder so oder nee das kriegt man glaube ich erst wenn man die pfeife irgendwie verkauft damals hat mir sie ja nicht verkauft erst am ende wo wir da durchgehen wollten nee das wollte ich jetzt nicht eigentlich müssten wir auch noch geld erhöhungen bekommen und doppelt geld jetzt muss ich das wieder wahrscheinlich machen ja ich kann schon eine mystische art zu wirken ich glaube nicht mehr alle werden ja noch nicht mal stoß anzeigen und die geben nur 136 erfahrung ist das weil wir auf schwer gestellt haben weil dann kriegt man ja weniger erfahrung das muss jetzt aber noch mal ganz kurz aus testen mittel ja nehmen wir mittel sagt können wir künstler der traktor sammau look der so lege der sich huge city Let's go check it out. Ready? Concentrate your attacks! Ja. Bladesbang! Ja, hang on everyone! I better get it. You okay, Miklion? Wir geben trotzdem nur so wenig... Warum geben die jetzt so wenig EP? Also irgendwie... Vorhin schon die Hellen, die Spinnen haben ja 900. Aber es kann sein, weil wir die... Weil sie überlevelt, weil wir überlevelt sind. Das kann natürlich sein. Das ist mir im Spiel aufgefallen, dass wenn man zu hohes Level hat und die Gegner natürlich zu wenig, dann kriegt man noch weniger EP. Verdreifachung, Verdopplung, ja. Ich glaube, das liegt daran. Ha, es ist großartig. Oh, es kommt. Ja. Ready, Miklion? Ja! Tigerblade! Ja! Sweet dreams! Ja! Lunarfreak! Solid Frost! Hey! Schattenschock! Hey! Schattenschock, setz ein! Schattenschock! Ja! Bladesbang! Ja, jetzt gibt er nur 96 Erfahrungen. Einiges Problem? Sieht so aus. Die Karte hat gestartet. Ah, ich wollte mal sprechen! Oh, jetzt geht's wieder! Zack! Hallo, Rose! Ich weiß, dass du Rose bist! Wir sind die Sparrow! Ich bin ein Geist. Du schattest es! Oh, hey! Was? Wir sind... Wir sind... Dishonorable trade! Und wir sind... Das muss... Das muss... Wir sind... Wir sind... Ja! Wir sind... Ja! Wir sind... Ha, ha! Oh, wow! Das ist ein Knopf, das du da hast! Ich glaube, du könntest es mit 1.000 Gold machen. Letztes Mal haben wir es nicht gemacht, aber jetzt machen wir es einfach mal. Das Messer wirklich verkaufen, ja! Wir haben eine Lösung! Glückwunsch, dass du das mit dir verdreht! Danke für die... Ich glaube, die ich mir nicht verkaufen! Im normalen Lettsplay haben wir das nämlich nicht verkauft. Hier ist noch irgendein Stern. S-S-Ray... Ach ja, Miklio hat seine Angst vor Hunden wohl wiederbekommen. Hey Miklio, warum hast du ihn nicht betroffen? Ah, darum geht es also. Ich weiß es gerade gar nicht, warum ich gespeichert habe. Das ist aus Reflex schon raus. Genau, ich wollte jetzt testen, ob wir jetzt Geld bekommen. Aber dazu brauch ich erstmal einen Gegner. Oben war auf jeden Fall ein Gegner und eine Truhe. Man kennt sich ja mittlerweile aus, ein bisschen. Auch wenn ich das Zorro-Gen besitze, ein paar Sachen kann ich mir dann doch merken. Bin hier jetzt mal gespannt, ob wir jetzt Geld bekommen. Weil ich meine, normalerweise müssten die Viecher doch Geld geben, oder? Was für ein Level sind die 7, ja. Ich bin ein Wunder, dass die keine EP mehr geben. Null galt. Oder ist das... Das muss ich jetzt natürlich auch wieder testen. Natürlich bei mir da für einen Gegner. Kann ja natürlich auch sein. Können wir schon hier rein, ja, ne. Level 11. Ja, die müssen wieder mehr EP geben. Und jetzt will ich mal was testen, wir kriegen. Null galt. Null galt. Ah ne, das was ich mir jetzt, äh, was ich gedacht habe. Ähm... Gewinne beim Sieg übergehen, äh, doppelt, äh, gewinne beim Sieg übergehen, dreimal so viel Erfahrung wie sonst. Galt, äh, erhalte so, Sondergalt, sprich, ne. Ich dachte vielleicht wäre das, äh, warum wir kein Geld bekommen. Aber das wundert mich, dass wir hier kein... Sehr merkwürdig. Da hab ich echt noch irgendwas. Ja, gut, dann gehen wir mal ganz schnell durch die Darmsee. Aber es wundert mich echt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass wir jetzt nicht mal unsere 900 EP wie vorhin bekommen. Wir machen es schnell. Ja! Aquablade! Earth? Nicht noch. Sonic Rock! Shadowshot! Nicht noch. Ja! Ha-ei! Bladfang! All right! Wir haben jetzt geschafft, zu erheben. Na gut, dann, äh... Ganyone. Nix für. Haben wir schon alles gesehen? Kämpft man nicht anders? Was? Normalerweise kann man hier Sachen kaufen. Verlogene Stück. Hey, Son. Kann man das auch nicht überspringen? Ah. Ah, Windschreiten ist so op. Ohne Scheiß. Dann gehen wir noch mal zu diesem Stern. Wir wollen nur die Macht haben, dass wir endlich wieder... Wir wollen zum Hirten, wenn wir werden. Wir tragen das Hirtengewand schon, aber... Wir sind auch gar kein Hirte. Wir sind noch gar kein Hirte. Und bleib da! Nichts. Can't even swing a fist right. Ugh! Indeed. Wir besten... Das Sanctuary hinterher sollte eine Sorge, die von der Frau der Läge beschädigt werden. Warte, sind Sie in der Linie? Keine Chance. Erstmal müssen wir sicher, dass Alicia sicher ist. Ich bin sicher, dass wir zurückkommen. Das ist echt traurig. Was mich, um ehrlich zu sein, gerade wundert, weil... Weil... Wie gesagt, weil man doch eine Einstellung nehmen konnte... Mussten wir nicht hier hin. ...eine Einstellung nehmen konnte, dass man wenigstens die... ...namenlose Ausrüstung behalten kann. Darum wundert mich das jetzt ein bisschen. Habe ich schon wieder vercheckt, wo wir hin müssen. Man wollte erstmal gucken wegen der Alicia hier. Tausendmal hier gewesen und ich schon wieder vergessen, wo wir hin müssen. Das ist schon traurig. Wo ist Kutz? Das Kuck. Er ist hier. Nein, ich... Ach, der Lunar. Haben wir jetzt schon einen Schlüssel hierfür? Ernsthaft? Was? Also Alicia wirklich ist der Foxmanns Target. Sieht so aus. Er hat wahrscheinlich zurückgekehrt, wegen der Komotie. Sieht so aus. Wer hätte gedacht, dass er so schnell sein würde? Der Kuck ist immer noch zu schießen. Wir können ihn nicht wegwerfen lassen. Lauf, Hundi! Ah nein, Hundi stirbt jetzt. Ah, ne doch nicht. Sieht so aus, wie er hier ist. Ihr Schmerz. Haha, Lunar kriegt wieder auf die Schnauze. Level 7 immer noch. Ja! Torang, Fett! yeah! Flow & Surge! Flow & Surge! Unahef, es wird der. Torang, Fett! Yeah! Tiger Blade. Go! Try this on! Tiger Blade. No escape. It's over! Go! Der hält ganz schön viel aus, ne? Entschuldigung. Huch, wir haben uns geholfen. Wir haben uns geholfen. Warum haben wir uns geholfen? Also, hey! Sieht aus wie bei uns. Aber schau, hey! Oh, komm, nee. Komm, lass' ihm sein. Egal. Hier müsste jetzt Rose stehen, oder? Aha. Du brauchst eine Hand? Du? Ja. Sie brauchen keine... Natürlich. Ja. Ein Objekt... Haben wir nicht damals ca. 5000 Geld für die Pfeife bekommen? Ah, nee. Erst später. Genau. Nehmen wir Opas Pfeife wieder. Kleine Fliege. Später zahlt ihr uns ja nochmal aus. Ja. Und... gibt uns ja, äh, lecker Geld. Nochmal. Hast du immer diese... Ich weiß gar nicht, wo ich heilig komme. Well, dann... So, jetzt wären wir zum Shepard. Ich rede ja nicht vom Master Effect. Hey! Hey, Saray! Komm her! Hier! Die kommen doch schon. So, 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 sorry? Warte mal, hier war der Speicherpunkt, ne? Ah, natürlich kommen wir da nicht hin. Wir waren doch gerade hier. Warum muss man... Ah, guck mal, da liegt Layla. Ah, auch noch im Outfit. Äh. 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 Ups. Äh. Ups. Wow. Ja, kennen wir auch schon. Drücken wir natürlich weg, die Sequenz. Jetzt bin ich gespannt. Und... Ach, ein Wehrwolf. War er ein Hellion? Ich kann die Schlüge mit meinem Feuer nehmen. Sie purifieren sie und haben ihre Kraft. Wie ist das? Sie wollen nicht amatisieren. Ich kann machen, was ich will, aber sie wollen es nicht. Ich weiß, dass diese Macht inne wohnt, aber wir können uns einfach nicht amatisieren. Ja! Probier das an! Streich! Ja! Ja. Das war einfach. Wo? Dre! Ja. Komm! Oh! Jetzt haben wir Geld bekommen. 2856 Geld. Das ist nice. Das ist nice. Ah, okay. Musste erst freigeschaltet werden. Siehste? Ich hab das schon wieder vergessen. Ja, warum nicht, wenn sonst das äh... Hey! Hey! Na du Leila? Oh! In Krankenschwester. Ui, 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 ui! Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin ein Gott. Ich weiß ja Gott sei Dank gesagt, aber... Nein, ich bin ein Gott. Sprechen. Du musst wütend sein, kinder Shepard. Ich versuche dir etwas zuerst. Danke, Sir. Aber ich stehe jetzt noch ein bisschen. Oh, wirklich? Na dann, ich werde es bereit sein, wenn du zurückkommst. Lass mich raus! Ich will raus! Hör auf zu reden! Hör auf zu reden! Wirklich? Vielen Dank! Ich werde zurück in ein wenig Zeit. Ah! Ah! Ich konnte einfach nicht gehen, der... 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 Der Ray ist so höflich. Wenn jemand redet, hört er natürlich zu. Komm! Ah! Ah! Ich hab das schon wieder vergessen. Wow! Kannst du bitte ein bisschen schneller gehen? Nein! Diese Folge ist nicht ewig lang. Ich werde dir selber, wenn du schneller gehen würdest. Ach komm schon! Äh... Kann ich vielleicht... Einfach schon hier rein? Es geht nicht! Komm, Madame! Ja! Ah! Ah! Und die Truhen können wir wahrscheinlich immer noch nicht öffnen. Ah! Ah! Noch nicht mal den silberlen Schlüssel haben wir! Das heißt, wir haben noch nicht mal den Bronzeschlüssel, oder? Ah! Ah! Das ist wahr! Ja! Ja! Aber du... Ja! Ja! Wenn ich... Das ist... Huh? Okay, ich darf... Ich... 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 Okay, das ist doch mehr als ich gedacht habe. Ich... Selbst... Und das haben wir uns damals alles gegeben. Hahaha! Ah, guck mal. Kräuter nehmen wir immer wieder gerne mit. Geh zurück ins Gasthaus. Alles klar. Das war's. Ich war's für jeden Tag. Mal was. Ich hab' dich in meinem Café. Kann ich mich aus... Ich hab' mich aus! Ich hab' mich aus! Ich hab' mir mit dir so geholfen. Ich hab' mich aus. Kaum eine Frau im Team und alle... Und wir durchgegen gelabert. Es war ja klar. Haha! Willkommen, danke, Papa! Komm zurück und uns wieder sehen, kinder Shepard! Ich bin schon wieder gefangen. So, wohin geht's jetzt? Okay, bedanke dich bei Elisha. Das Problem ist... Perfekt für die Reise, die wir übernehmen. Es sieht aus, dass alle Hype des Festivals durchsetzt hat. Aber jetzt reden wir alle über den Shepard. Trotz schnell wegklicken, kommt mir das so vor, als würde es doch alles ein bisschen länger dauern. Wir sind jetzt schon wieder bei 27 Minuten und wir kommen vor, als hätten wir kaum was gemacht. Also... Krass! Waseln wir noch ein bisschen mit ihr? Elisha! Relax, diese Ruins... Müssen wir jetzt... Erkunde jetzt noch einmal Damensee. Ja, ich würde sagen... Tut mir leid, dass in dieser Folge nicht viel passiert ist. Aber ich muss mich erstmal in dem Spielplus zurechtfinden, weil mich einiges irritiert, da wir... Wie gesagt, nicht die Sachen haben, die ich erwartet hätte. Zumindest fängt schon beim Level an. Guck mal, da ist Swords, die gibt uns nochmal das wunderschöne Galt. Was nehmen wir? Ach komm, nehmen wir das. Was? Da müssen wir jetzt bis... Trotz Wind schreiten, ey. Ist das jetzt deren Ernst? Ja, ich würde sagen... Das müsst ihr ja nicht sehen. Während ich da hinlaufe, beende ich diese Folge. Wie gesagt, ich weiß, es ist nicht viel passiert, trotz viel rumklicken. Haben wenigstens einiges erfahren, habe mich gewundert, dass wir die ganze Zeit kein Galt bekommen. Ich habe schon ganz vergessen, dass wir dafür erstmal die Story vorsetzen müssten. Gut. Ich würde sagen... Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Tales of Hysteria Spiel plus. Und... Ja. Wie gesagt, normalerweise werde ich jetzt nicht alles aufnehmen. Äh... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann, wo Brustkämpfe kommen. Deshalb kann es sein, dass ich doch alles aufnehme. Aber ich habe ja gesagt, einige Änderungen werde ich noch vornehmen. So... Und das nächste Mal werde ich auch mal testen, was es mit dem, äh... Chaos auf sich hat und sowas. Also der Stufe Chaos. Also... Ich sage mal... Jetzt, wo ich angekommen bin... Bis dann. Ciao. Ciao.